Ich komme nicht hoch. Aha. Oh, wüsste. Warum? Ihr wollt mich nur ärgern und ärgern und ärgern und vergeworfen. Das war Cassie. Nicht ich. Ihr ist doch nicht. Wahrscheinlich siehst du uns die ganze Zeit. Ja, ich sehe euch. Unsere Name-Tags, oder? Ja, das reicht schon aus. Er hat sich irgendwo verbuddelt. Ja, ich springe so schön hin und her. Hoch und runter, links und rechts. Das ist mich. Kommst du jetzt bitte wieder raus? Bitte? 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 Ist es schön auf dem Baum? Ja. Okay. Ach, was ist denn los, Cassie? Ich habe gerade Falsche angekriegt. Ich habe gerade Falsche angekriegt. Ich gehe gerade kaputt. Cassie. Das ist gut, Cassie. Ich höre gleich auf, das Lager zu bauen. Stehe echt fest. Nein, bitte nicht. Nein. Ich bin spüßegekriegt. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Cassie! Cassie, sonst baut uns wirklich nicht mehr das Lager. Toll gemacht, Cassie. Cassie, jetzt entschuldige dich. Cassie! Der ist hier noch. Der ist nur unsichtbar. Der ist nur unsichtbar. Oh, mein Wagen tut mir schon voll weh. Blach. Okay. Oh. Jetzt muss ich mal gucken. Lass die Stromleitung mal. Jetzt lass mich doch mal... Ich kann meinen Stern rausnehmen. Ach, danke. Oh, wir kriegen keinen Saustoff mehr. Warum nicht? Ich hab das Kabel gekappt. Jetzt ist es wieder dran. Das brauchen wir vielleicht. Jetzt ist es wieder dran. Willst du einen Stern? Was? Ne, den kannst du wieder reinmachen. Mit was soll der Boden gemacht werden? Im Lager? Mit deinen Köpfen? Okay, cool. Keine Ahnung. Mit diesen Bruchsteuer? Mit den Bricks? Ne, wir haben oben noch Limestone. Du kannst doch mal gucken, was man daraus machen kann. Beziehungsweise Chisseln. Der Chissel-Mod ist da drauf. Limestone. Da hat die Cassie mal was Sinnvolles zu tun und ärgert nicht immer das arme Einzeig. Darf ich da geschrieben Chisseln machen? Ach, jetzt interessiert ihr euch auf einmal alle. Ja! Ne, ich lass Cassie das machen. Das hier hinten. So, die Maschinen kriegen jetzt mal alle keinen Strom. Ich muss mal hier die Leitung abreißen. Okay. Denn hier ist zu viel Energieleitung verbaut. Die kann ich anderweitig brauchen. Dass wir das automatische Sieb und alles andere unten im Keller haben. Jetzt ist hier schon wieder alles durcheinander. Leute! Ja, du machst das doch! Es ist doch bald alles automatisiert. Wenn du weiter so rumstönst, hol ich jemanden dazu, den das... Ähm... Ich häng schon wieder fest ernsthaft... Mann... Warte... Hier im Milchstern darf sowieso grad keinen Strom produzieren oder weiterleiten können. Doch, jetzt... Der kann jetzt wieder weiterleiten. Ich hab's wieder verbunden. Ich lass es trotzdem erstmal raus. Weil ich glaub, Sommerstoffe haben wir alle erstmal geduldet. Äh, nö. Das sind auch zwei Volle drin. Ne, ich hab... Ich brauch bald neu. Okay. Okay, das sind meine zwei vollen. Äh... Von was hast du grad Schaden bekommen? Wenig Luft. Ach, ja. Jetzt ist die Luft ausgegangen. Oh, ey! Jedes Mal wenn ich ins Loch hängt und zieht mit der Stern nach oben. Der kotzt mich an! Sag mir nicht miederleiter gerne. Ja, warte mal. Ich muss hier noch ein paar mal rein und raus ins Loch. Das ist falsch an. Ah, den Sand. Ich überleg gerade... Das weg. Oh. Das und das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Oh. Das und das weg. Das weg. Das weg. Was war das? Äh... Da hast du ein Kiss. Danke übrigens. Ähm... Haben wir noch irgendwo Eisen? Ja, in meinem Moment. Kann ich eins haben? Nö. Wie bekomm ich die zu... Hä? 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 Ich sag'n durchzieben kriegst du los. Ja, aber was... Ich hab'n jetzt drei Broken Pipes. Ähm... Kann mal bitte jemand gucken wie Oxygen Pipes gecraftet werden? Wir brauchen eine. Schnell, 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 schnell! Schnell, 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 zack, 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 zack. Mit Glasscheiben. Wie ich diese äh... Dinger zusammen craften kann. Mit Oxygen Pipes. Ich hab das falsch aufgesammelt. Mein Eisen. Scheiße, das kann ich doch von der einen Seite. Da hat es sich erledigt. Damit muss ich das ein bisschen komplizierter waren. Das ist shit. Komm her, Steine. Äh. Och ne, schon wieder das Falsche. Sag mal. Da liegt noch eine Maschine. Jetzt hab ich den. Kannst du mir hier raus bitte ein Eisen machen? Das war's. Ich will ich das machen sollen. Brauchst du Bier von dem broken Iron Ore, damit du ein Iron Ore Gravel kriegst und das kannst du dann... Ja. Das sagst du der Cassie. Du brauchst doch eins von denen. Das sagst du ernsthaft der Cassie? Ja. Was ist dagegen? Die es nicht mal hinkriegt, eine Wand richtig zu setzen. Jetzt hab ich ein Iron Ore Gravel und jetzt, das kann ich jetzt machen. Essen. Schon. Gib mal. Den dann brennen. So. So. Ähm. Raus aus dem Loch. Scheiße. Äh. 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 Ähm. Beim nächsten Mal müssen wir ein paar Leaves sammeln, dass wir das hier unten wieder ordentlich bauen können. Okay. Cassie war zu verfressen. Äh. Äh. Dann muss ich das hier leider rum. Und jetzt hab ich einen Schüssel. Nein, jetzt kann ich... Dort den Stein reinlegen und gucken, was es für Varianten gibt. Aber wie, wo kann ich da bitte einen Stein reinlegen? Äh. Rechtsklick auf den Schüssel. In das Rechtsklick. 15. Ich bin überfordert. Ja. Kappendesk Chisels. Der ist von Offenblocks. Das ist nicht von der Chissel-Mod. Oh. Ich hab Schissel-Ein-Chisels. Oh. Ach, Cassie. Alles, was du anfasst, machst du kaputt oder falsch? Kann. Äh. 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 Ach, Cassie. Ja, aber... Du brauchst noch mal ein Eisen. Also oben in die Mitte mit Eisen und links in der Mitte ein Stick. Dann hast du einen richtigen Chisel. Warte, was? Wo noch mal? Ach. Irgendwas mit Stick und Eisen. Oben in der Mitte ein Eisen. Ah, okay. Ja, ich hab das Rezept. Jetzt muss ich noch mal ein Eisen machen. Kompliziertes Leben. Guck mal, die Mob-Mission wieder die ganze Zeit. Hier, wollen wir mal eine Runde Ping-Pong spielen? Hih. Hih. Schatzi, du musst zurückschießen. Genau. Scheiße. Ach, aber der Ping-Pong-Ball läuft weg. Das ist doch ... So ein Ping-Pong-F-Held, weil hier draußen bestimmt richtig nice. Ja, nice. Der weggeworfen. Ich glaube, da würde sich sogar Tyrox freiwillig anbieten als Ping-Pong-Ball. Ich hab die Wand irgendwie ... Oh, nee. Genau richtig gesetzt. Läuft. Oh, müde? Vom Lachen. Ich wollte schon fragen, von was bist denn du müde? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. 2 zu 1 sind's mit dem Block. Du hast leider verloren. Da liegt noch einer, Cassie. Ping-Pong. Das müsste man echt aufnehmen. Meine Aufnahme läuft. So. Schon eine ganze Weile. Da könnte man voll das Beste auf den Oststein alleine aus diesem einzelnen Tag. Okay, Cassie, du musst nur noch ausleuchten. Ach, ausleuchten ist überbewertet. Machst du den Stern wieder rein, dass wir hier loslegen können? Könnte ich machen. Und ich bin angezogen. Das ist alles nicht so einfach. Tja, selber schuld. Du wolltest ja. Dich zwei aufeinander platzieren. Das ist Cassie. Ne. Sag mal, Dicke. Du schönest im Weg. Wieso bin ich eigentlich auf Dicke gekommen? Keine Ahnung. Hast du das? Nein. Nein. So. Nein. Äh. Nein. In der Kiste ist noch Limestone drin, also. Was? Wo? Da oben. So. Das ist automatisiert. Wo ist er? Ah. Oben. Ja. Ich muss dich aber enttäuschen, Cassie. Irgendwann reiße ich den Boden wieder ab. Wieso? Damit ich die ganze Kabelei unten lang werden kann. Stimmt. Vor allem ich werde nicht weggeschubst. Also irgendwas hast du an dir, das die nicht mag. Dein Ernst. Cassie kippt sich das erste Mal in die Mühe. Okay, die Kriperköpfe. Bitte. Cassie kippt mal kurz eine Schüssel in die Placke. Dieses Hexenlachen vor allem. Cassie. 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 Lass mich mal bitte. Cassie! Oh. Schüssel und Placke. Und Placke. Aber ich möchte nur ausprobieren, was am besten aussieht. Bitte. Action. Oh Gott. Ich fand den relativ gut, aber der passt hier glaube ich nicht rein. Doch, doch. Das passt. Aber die anderen müssen so bleiben. Der wäre da ganz oder gar nicht. Wir machen einfach ganz viele Schichten. Au. Bei Cassie ist alles verloren. Können wir es so machen, dass wir die äußere Draht lassen und wie man dann durch die Blöcke ersetzt? Ja. Okay. Ich brauche Storblöcke. Sie? Au. Aber still, was redet? Du gehst gegen die Decke, sage mal. Nein, wir ersetzen die durch die Blöcke. Wenn ihr euch nicht einig werdet, mache ich alles aus Capistone. Eww. Was? Ganz schön große Scheiße, die kleinen Dicke. Dieses Kie. Sag mal, wolltest du nicht hier draußen Meteore sammeln? Habe ich schon. Willst du mich verarschen? Hier hinten ist eine Reihe vier glühender roter Meteore, weil du nichts sammeln hast. Cassie. Da. Da. Weimar. Da. Oh, bist du jetzt schon so kaputt, da hinzulaufen? Oh ja, jetzt sieht das Ganze ein bisschen wiss aus. Ich fand meine Creeper-Kunst klasse. Nee, die war hässlich. Aber die wird ja nicht geschätzt. Nee, die war hässlich. Du hast ja wirklich einen Geschmack. Wir können ja, wenn wir das eh so in den Ring aufbauen. Stopp, das war jetzt eine Kampfansage und ich nehme die Challenge an. Cassie, Cassie, ich bin mit meinem Schatz zusammen. ich habe sehr wohl Geschmack. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Oh. Was sagst du? Was sagst du? Warum nehmen wir nicht so eine Blöcke? Sieht doch viel schöner aus. Nein, die sehen schöner aus. Die sehen aus, als ob man drauf gekackt hat. Nein, das war nicht. Oder hier ist jemand mit Käsefüßen rüber gelaufen. Nein, ist das auch nicht. Äh, Cassie? Cassie? Schatz, darf ich Cassie töten? Was hat sie jetzt schon wieder angestellt? Töte sie einfach, wenn du sie siehst. Töte sie einfach. Wieso? Was hat sie angestellt? Wieso fehlen hier drei Steine? Was soll denn das? Geh einfach, geh einfach runter. Die mich einfach nicht bemerken. ernsthaft? Cassie! Können wir nicht einfach uns auf diese Steine eingezwählen? Oh, Schatz, sie klingt erkältet. Wie kommt denn das auf jeden Fall? Ich hab sie eingesteckt. Keine Ahnung. Kein Tank drin, meine sind gleich leer. Meine auch. Das ist scheiße. Da muss ich auf jeden Fall mal einer drum kümmern. regelmäßig. Cassie, das machst du. Weil du gerade geschmatzt hast, so. Der, ähm, Compressor ist fast. Der Rux und Harald, den muss ich gucken. Ernsthaft? Was denn? Ey, du hast Griefing. Sonst wäre ich nicht rausgekommen vielleicht. Äh, was ist? Jetzt sind alle hier und wow. weil wir sind die letzten sechs hier auf dem Server. Ey. 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 Ping pong. Ja, ping pong. Nein, mit Chrissy ping pong. Ich kann es dir Wo bist du? Nirgends und überall. Warum? Was ist bei dir kaputt? Oh, der hat keinen Brennstoff mehr drin. Alles? Ähm... Cassie! Ping-Pong-Pong zieht jetzt hier ein. Die hat unsere Katze mitgenommen! Töte es, bevor es Eier lädt! Schatz, du kriegst jetzt eine sehr schwerwiegende Aufgabe von mir. Du musst Cassie einmal töten. Und bitte nicht selber dabei an Luftmangel sterben. Cassie? Ping-Pong-Pong? Öhh... Ihr seid verrückt, der Weihwart. Und das schlotters Miezekätzchen. Schatz, Luft holen bitte Bitte Luft holen Scheiße, ich hab schon wieder überzogen Schatz, Luft holen